Wir haben eins auch gespielt, hinten dicht, vorne mit Druck. Die Jungs haben Hunger. Wir hatten eine richtig gute... Was heißt Taktik? Der Trainer hat gesagt, immer eins mehr als der Geist. Der hat eine Klut in uns entfacht. Der Rost ist einfach heiß jetzt, gell? Nicht klar gibt es ein paar Verständigungsschwierigkeiten innerhalb der Mannschaft. Röber, nöber, dröber, dröber... Die einfachsten Kommandos laufen da ins Leere. Hüben, nüben, das denkt er sich doch aus. Was soll das heißen? Kurz, lang. Es gibt eine Art zu braten. Der richtige. Und der Kollege aus Gera denkt natürlich, will er nur an Würste. Das heißt Rostar. Ich seh's noch, ist vor mir. Elfte Minute, ist vor. An ein vorbei, an zwei vorbei. Und dann ist da noch so ein Oschi. Der also, das Ding, eh mal quer über den Platz gekloppt, ich seh das. Der Kollege macht richtig Ballett, aber kommt halt nicht ran. Da hab ich mich schon ein bisschen geärgert. Ich mobilisiere die letzten Kraftreserven, steige im Sechzehner nach oben. Der steigt höher. Und höher. Und höher. Zur richtigen Zeit ne Birne hingehalten, ingenickt und dann hat sie Scheppert den Kasten, ne? Eichentor. Startschwerbläder. Aber immerhin auch abseits vom Gegner. Wir haben uns aber nie aufgegeben. Also ich hatte mich mental komplett aufgegeben. Ja und wie haben wir's am Ende gedreht? Ganz einfache Geschichte. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich hab den Kollegen einfach ins Ohr geflüstert, der Gegner isst seine Roster gerne mit Ketchup. Ja und dann ist er durchgedreht. Ich war wie im Raum. Schlemmt er sich das Ding ans Bein und prescht nach vorne. Die E-Spieler sind quasi freiwillig ausgewichen. Dann hat's einfach bumm gemacht, gell? Vier Mal in zwei Minuten. Bumm, 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 bumm. Das war das erste Mal, dass er die im Beider-EM vor der Halbzeit aufgegeben hat, ne? Die Schweizer überlegen schon, ob sie überhaupt noch antreten, sag ich mal. Und dann haben plötzlich alle gejubelt. Ich saß irgendwie auf dem Rasen und dann hat mir einer eine Roster in die Hand gedrückt. Zum Glück mit Senf. Das ist Leben. Ich städ mal sagen, das machen wir an Sonntag gleich wieder, weil...